Jalit kocht mit Produkten aus der Region für die Region. Grüezi miteinander. Kaffee hat so ein gutes Aroma, da kann man mehr machen, als nur zu trinken. Heute zeige ich Ihnen ein Rezept, das mit dem Kaffee eine wunderbare Soße gibt. Und das passt prima zu diesen grandiosen Gouredi Bouh. Das heisst übersetzt Ochsenherz. Das ist eben die Form und die Grösse dieser Tomate. Es ist eine ganz speziell aromatische Tomate, mit viel Fleisch und wenig Saft. Leider ist aber die Saison dieser Sorte nicht so lange. Der Tom Zurmühle von Hertenstein produziert mit viel Engagement und Erfahrung die wunderbaren Tomaten. Und das erst noch an einer traumhaften Lage. Pro Person nehme ich eine grosse Gouredi Bouh. Der fantastische Büffelmozzarella produziert Fritz Schneider in den Käsehütten, in Meiers Capo. Da brauche ich zwei Becher. Der spezielle Apfel Balsamico liefert Josef Bucher von Eschenbach. Auch der glatte Peterli wächst beim Tom Zurmühle in der Hertenstein. Dann das Rapsöl von der Terra Suisse, ein wenig Zucker, Kreuzkümmi und natürlich noch die Kaffeebohnen Garouso. Zuerst mache ich einen Esslöffel Kaffeebohnen in den Mörser. Dazu einen Teelöffel Kreuzkümmi. Und das zusammen gerade Mörser. Wenn Sie keinen Mörser haben, können Sie das auch mit einem Löffel auf einem Brett verdrücken. In einem Pfändchen koche ich sieben Esslöffel Apfelbalsamico mit einem Teelöffel Zucker kurz auf. Dann gebe ich die Kaffee-Kreuzkümmi-Mischung dazu, nehme die Pfanne vom Herd und lasse eine gute Halbstunde ziehen. In der Zwischenzeit schneide ich die prächtigen gewohrene Buhenscheiben und lege sie auf dem Teller aus. Genau gleich mache ich das mit dem Öffel Mozzarella. Jetzt die Kaffeebohnen vom Balsamico ab. Ich gebe sechs Esslöffel Rapsöl dazu, mit Salz und Pfeffer würze und schüttle das in diesem geäbigen Salat-Shaker von der Migros gut durch. Die Tomaten und den Wüffel-Mozzarella salze ich noch etwas, pfeffere und dann die Kaffee-Soße darüber träufeln. Jetzt noch etwas grob geschnittener glatten Peterli darüber und ein spezieller Salat ist schon fertig. Die Kombination der Tomaten, dem Wüffel-Mozzarella und dem Kaffee finde ich einfach gelungen und sehr harmonisch. Probieren Sie es aus. Und dann auch etwas. Sie können das natürlich auch mit anderen Tomaten machen. Einfach gute Fleischtomaten. Aber mit der Gourdi Wuh finde ich es einfach am besten. Bis in einer Woche. Ade miteinander. Janett kocht. Mit Produkten aus der Region für die Region. Tem. Janett kocht. Der Kaffee. Untertitelung des ZDF, 2020